Egal ob Landeshauptmann oder Frau, Bundeskanzler oder Vize, treffen wollten sie ihn alle. Immerhin gibt so ein Foto mit dem Dalai Lama schon was her. Heute war Außenminister Spindlecker mit dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter unterwegs und ihm hat der Dalai Lama auch verraten, welcher Partei er sich am ehesten anschließen würde. Den Grünen. Michael Spindlecker nahm es mit Fassung und einem Lächeln. Aber nicht nur Politiker reißen sich darum, den Dalai Lama zu treffen. In die Wiener Stadthalle sind heute 8000 Menschen gekommen, um seinen Vortrag zu hören. Eine von ihnen war Julia Ordner und sie musste nicht mal Eintritt bezahlen. Große Gefühle beim Schlangestehen vor der Konzerthalle. Hier kommt ja nicht irgendein Popstar, hier kommt ja der Dalai Lama. Bei ihm sucht man auch nach ein bisschen Erleuchtung. Weil ich eben lieb den Dalai Lama und ich mag ihn total und er ist sympathisch. Und ich vertrete auch die buddhistische Philosophie. Sind Sie selber Buddhistin? Ja, auch. Also einerseits römisch-katholisch oder evangelisch, aber auch? Ja, also von all dem, was man sich raussuchen kann, das Beste. Aber der Mensch hat auch ganz banale Gründe, warum er eine Persönlichkeit wie den Dalai Lama verehrt. Idealisierung nennt das der Psychologe. Man sucht sich ein Ideal, ein Vorbild, das kann durchaus auch eine Kultfigur sein. Und die idealisiert man dann, der schreibt man dann ideale Fähigkeiten zu. Und dann ist die Möglichkeit, dass man, wenn man sich verehrt, zum Beispiel ein Stück von diesem Idealbild in sich hineinholen kann. Vom Charisma des Mönchs wollen ja auch die heimischen Politiker gerne ein bisschen abbekommen. Der Dalai Lama nimmt alles und alle sehr entspannt, mit dem obligaten Lächeln. Von seinem Fanclub am Wörthersee bis hin zum Herrn Außenminister. Endlich einmal ein religiöser Führer, der hier gute Laune verbreitet. Entspannung für alle und auch ein bisschen Sinnsuche. Da ist für jeden etwas dabei, egal, warum man heute hier ist. Das ist in erster Linie, weil mich meine Mutter mitgenommen hat. Und zweitens, weil ich mich auch für so ein bisschen alternative Sachen interessiere. Also nicht nur so die typisch katholische Kirche, sondern auch im Osten, Buddhismus und so. Ja, ich weiß nicht, er interessiert mich schon länger. Auch generell, ich beschäftige mich schon länger mit Buddhismus. Und ich wollte mir einfach das ganze Spektakel mal anschauen heute. Ich kenne den Film mit dem Österreicher. Also von daher kenne ich den Dalai Lama eigentlich, so um was es da geht. Aber so richtig weiß ich nicht viel. Geschichte über Tibet, okay, aber... Weil er der einzige religiöse Führer ist, der für mich wirklich relevante Dinge vor sich gibt. Der Vorsitzende des Zentralrats der Konfessionsfreien sieht den Dalai Lama anders. Der Dalai Lama kommt mir ein bisschen vor wie so ein Esoterik-Wochenendseminar. Also da ist nicht viel Substanz, aber er sagt auch nicht wirklich etwas Böses. Das heißt, er drückt sich ja meistens in irgendwelchen sehr oberflächlichen Dingen aus. Allen fällt beim Dalai Lama-Auftritt in der Konzerthalle auch ein sehr weltlicher Vergleich ein. Hansi Hinterseher, glaube ich, mobilisiert mehr Menschen als der Dalai Lama. Ist der Dalai Lama so etwas wie ein Popstar auch ein bisschen? Ja, weiß nicht. Also von seiner Seite her ganz bestimmt nicht. Wenn wir ihn als Popstar machen, dann halt schon. In Sachen Sympathie haben die nächsten Stars in der Stadthalle jedenfalls keine Chance gegen den Hohen Herrn aus Tibet.